Zweiter Part von Mario Party 8. Wir spielen jetzt heute Baseballballerei. Ich bin nicht gerne lesen wir nochmal die Regeln vor. Schlage die Bälle ins äußere Feld. Dir werden insgesamt 20 Bälle zugeworfen. Tipps schwinge nicht zu heftig, denn sonst verpasst du vielleicht den nächsten Ball. Und ja, das ist einfach nur zack. Wie beim Moviesport Baseball. Wo wir beide Noobs waren. Ich hab 11 Punkte, wo komm ich mit Bro? Bro. Stimmt. Junge. Ich war nur. Ich hab Bro. Der wird ja richtig niedrig. Oh, easy alle 20. Wirklich? Oh, easy. Ja, ich hab so vier. Oh, easy. So spielt ein Pro. Ja, aber einen besseren Rekord gibt's nicht. Nee, das ist meinig, ja. Easy. Dann können keiner knacken. Nö, geht der nicht. Mehr Bälle gibt's nicht. Easy. Und früher war ich noch nicht mehr so gut, um das zu schaffen. Warum? Früher war ich doch bester. Naja. Jetzt könnt ihr... Du armes Opfer. Jetzt könnt ihr an Jean landen. Könnt du. Komm, lass es, das ist in der Abgefuck. Du bist hier drin sein, komm. Leute, ja. Zeig mal her, was du am Anruf hast. Bin eh reich. Duell. Das Klopft, noch hier. Komm, komm her. 15 Münzen. Ja, easy. Fischer? Ja. Sonst wär' doch ne Falluhr. Manu. Oh, easy. Wer jetzt darf. Jetzt ist dein Stuff und jetzt ist ihr meinsdorf. Danke. So, jetzt wollen wir alle rausgeschmissen. Naja, ist nicht schlimm. Bin ja als nächstes geworden. Tumpertoa. Du weißt schon, dein Ding da oben ist weg. Echt? Da, wo du grad oben bist, will ich glücklich. Bei uns ja, alle allein. Wer den ausschmeißt. Ja, Bastard, der... Wollten eigentlich sein Haus bewundern. Und dann sowas. Und dann sowas. König Burr hat seinen Umbauzauber behalten lassen. Und den Hof und den Weg zum Sternenbund verändern. Oh, schau. Schön, dass irgendwie Adermann anfangen. So, Nick, dann zeig mal, was du kannst. Na klar. Du, du toppen kannst. Na vöner. Ne, stimmt. Im Übrigen, wenn ich mal überlege, die neun hat mir gar nichts gebracht. Ich war doch eh nur ein Feld vor Bubu. Toll. Und vollkommen sonst die neun. Hier, aber jetzt wird es schwer, Nick, ne? Jetzt wird es schwer. Oh, hier geht es so lang. Überall könnte eine Falle oder auch weitergehen. Und schon wieder zwei Wege. Das wird hart. Knorrentrocken. Welchen Weg nimmst du? Und. Okay, äh... Er hat kundschaftet schon mal aus, da. Kannst ja schon mal auskundschaften. Ich störe auf nix. Ich werde... Oh. Einfach... Ich bin so wieder ein Gegner in den Teams. Ich war so, wir aber im Team. Oh, ja, wir sind ein Panel. Zwei Kapitäne. Ja, aber wir sind nicht in einem Team leider. Nein. Doch, siehst du doch? Nein. Ach, nee. Ach so, ich stelle mich, ich habe auf Klauen drauf hingeguckt. Scheiße. Mann. Es ist wie schwer mit der Null. Was ist denn die denn die ab? Wie schwer mit der Drecks Null? Und meine, wie ist das ein Junges aus? Wer hätte es gedacht? Du und deine Teampartner müssen das Boot zur Insel rudern. Er kontrolliert einen Ruder. Teamarbeit ist gefragt. Sobald euer Boot feststeckt... Ach, ach... Ich dachte, er ist schon Batterien. Jungs, ich habe nicht so viele Batterien. Ich habe schon nicht welche gegeben, weil der Akku, der im Jungen leer sitzt. Es sind schon vier Batterien hier drauf. So, jetzt meine ich, ist auch voll. So, Steuerung, einfach... Du müsstest halt aber euch auch gegenseitig abstimmen, wann ihr rudert. Wird bei uns aber doof, weil dieser keinen unseren Teampartnern kommen ist. Wenn wir bei dem Team gewesen, dann wäre es leichter gewesen. Hätten wir es gegenseitig... So, Valeria, zeig mal, was für einen Geflügel Probit. Alter, meine Wifan-Jug ist ausgefallen! Meine Wifan-Jug ist ausgefallen! Scheiße! Ja, ihr habt gewonnen. Ich hab gewonnen auf jeden Fall. War gut. Äh, Puzzle! Achso, ja. Ich habe meine Wifan-Jug ist am Anfang ausgefallen. Zweitens... Wir sind zusammen... Naja, so kann ich jetzt spielen. Wir müssen irgendwie, wie gesagt, irgendwie einen Weg finden, hier mal die Dinger aufzuladen. Weil ich kann so nicht spielen, wenn hier... Oder wo ist überhaupt meine Kappe? Ich weiß nicht mal, wo meine Kappe ist, hier. Äh, du müsstest zwei haben. Ja, weiß ich nicht, wo die sind. Ich will nicht erzählen, aber die sind. Valuigi, Kundschafte... Okay, also wir wissen schon mal, da ist eine Fallgrube. Danke, Valuigi! So, der wird jetzt zum Anfang gebracht, wieder. Danke, Valuigi! Danke, Valuigi! Dann kunst du auch, dass du das da oben aus, dann weiß ich genau, wo ich hin muss. Ja, bevor... Ich würde irgendwie niedrig, dann hätte ich eine Chance. Wie viele Bonbons kann man denn maximal haben? Das ist auch, wie du jetzt hast. Das ist ja nicht gerade niedrig. Ich weiß, du warst scheiß drauf. Ich geh einfach unten. Zeig mal her, was ist da unten. Ja, das war eine gute Entscheidung. Willkommen zur Mops-Maschine. Was macht das jetzt? Ich kann jetzt entweder einen Bonbon, Münzen oder einen Stern klauen. Der Stern würde mich bringen, das ist der einzige Bonbon, den Stern. Ja, Mann. Luft! Luft! Ach so, loslassen, okay. Geh mit einem Bonbon, genau. Wo? Er hat keinen Scheiß, ich hätte Knauntrocken treffen sollen. Der hat keinen. Ich hätte Knauntrocken treffen sollen. und dann hätte er mir sein dreimal Bonbon, ne, der hat dreimal Bonbon. Ja, genau. Scheiße. Nicht gerade niedrig. Mein Glück, dass es da jetzt... Ne, da geht's nicht weiter. Ich würde zu sagen. Der ist ja gemein zum ganzen Land. So, du kannst es irgendwie dahin holen. Puh, Hummerat. Ähm, A, B. Äh, genau. Knauern trocken. Knauern trocken. Wenn du Pech hast, hast du ihm jetzt geholfen. Wenn du Pech hast. Wenn der jetzt irgendwo in der Nähe Buh ist, hast du ihm geholfen. Leider. Der ist nämlich auch gleich dran. Wow. Wenn der jetzt irgendwo Buh ist, alter. Da, da. Ja. Es wäre möglich, dass der Buh ist. Es wäre möglich. Ja, weil er den beschützt. Muss nicht sein. Manchmal verarscht einen auf der Schließe. Nein, der ist ja auch mit dem Ding. Mann, da kann man, da wird man zu nehmen. Ach, bitte. Version von einem. Hey! Hey! Spaß! Toll. Jetzt hat er dir die Möglichkeit zu glauben. Krieg da aber nicht hin, den Noob. Er kriegt nichts. Ja, es wäre auch auf mich getroffen. Wer bekommt nichts. Ach, du Noob. Opfer. Ja. Und alle blauen. Kampf! Kampf! Ja, da geht's um München. Und zwar oben. Ohohohoho. 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 Der klaut jetzt 57 München. Fast. Ne, außerdem, den er keine gute klaut hat. Ja, der nimmt die alle weg. Alter, wie, alter. Oh mein Gott. Der, der gewinnstig ist, also? Ohohohoho. 1 oder 31 München kriegt der. Das ist die alternative Kampf, die ich spiele. Der, der gewinnstig ist. Gewinn, der kriegt alle, ne? Ne, nicht alle. Der Anteil. Und der zweite? Den größten Anteil kriegt er von wohl. Und der zweite? Schon auf der zweite, ne? Oh das ist easy. Also wahrscheinlich wir beide. Wenn du es auf die Seite schaffst. Also, hier, also... Na, los. Das ist wieder das bestmögliche Ergebnis, in dem du die Tod mit dem höchsten Punktzahlen triffst. Die Trefferzone mit dem höchsten Punktteil befindet sich nicht immer in der Mitte. Sieh also genau hin. Mit A schiefen und halt da drauf zeigen. Mit A oder B oder mit Ball. Ich würde der dämlichen Sensor-Leiste hier irgendwas machen. So. Kommt. A oder B oder Ball. A oder B. Null Punkte für den Ball, Uchi. So, okay. So geht's. Bist du verziert? Oh, easy. Man, ich bin letzter. Du bist am Ende des Letzter? Ja. Wow, und du dachtest, ich und du wären Zweiter und Erster. Wow. Aber auch nur um 20 Punkte. Nee, du gehst pleite aus. Du kriegst nichts. Du kriegst ein einziges Licht. Oh mein Gott, ich bin bester. 100 Sons Kreuz, Alter. Oh. Und ja, alle Münzen abgenommen oder hast du noch Geld? Ich hatte. Ich hatte nur noch 6, ich dachte, ich hätte noch 12. Nö, die sind doch alle 150 abgenommen. Ja. Aber ich hatte... Hast du auch keine Münze bekommen? Ja, egal. Nee, so viel bin ich nicht. Sonst könnte ich genau trocken eigentlich, aber nee, der hat zu wenig. Der hat mir zu wenig. Ich darf nur für die über 3 Mal. Da bin ich aber auch gut würfeln. 5, 5, 5, 5, 2, 6, es geht. Es geht. Es ist nicht das, dass du nicht das Schlechteste bist. Zeig mir ja, was du mal angeboten hast. Oh, kannst du gleich nachfüllen, dein 3 Mal Wirbel. Ja, kosten auch alle 20, von daher. Gebt mir ja. Ich bin eh reich. Von daher. Ich bin gleich wieder nachgefüllt. Ja. Ja. The fuck. The fuck. Aber dass du gleich beim ersten Mal den Sternen gekriegt hast. Ja, es war nicht. Das ist keine Verlauf gedeckt in der ersten Runde. Da war nur fast nur gerade... Was sieht gerade aus. Sonst wäre es... Die einzige Möglichkeit, den Weg zu wählen, war nur einer und ganz am Ende. Und da habe ich Glück gehabt, dass es unten ein König gut war. Ja. Ich hab' ja noch kurz die Karte an die Karte. Ich hab' ja auch da unten bei dieser Map da. Da. Brinke aber nicht viel, du siehst ja. Ja, du könntest da sehen, wo die Felder sind und so. Kannst du gucken, scrollen könntest du, wie gesagt, mit der G-Fündung mit A. So. Mein erstes Wort, oh, was ist das? Ampett. Ach, das habe ich ja schon gesagt, das ist so eine Ampett-Form und... ...und da auf jeden Fall erscheinen, nur ein paar Münzen kriegst. Ich dachte, das ist so geil. Ja, ich bin ja selten ein von denen gekriegt. So, ich bin ja gar nicht knorrentrocken. Mann, ich komm' da immer durcheinander. Meistens bin ich knorrentrocken, wirklich. Eigentlich bin ich das meistens. Aber, naja, eigentlich nur in den Spiechständen, wo ich Hammerbruder noch nicht freigeschaltet habe. Obwohl, es sei denn, ich hab' Blooper freigeschaltet, dann spie ich Blooper. Also, wenn ich nicht Hammerbruder... Die sind im Team. Wenn ich Hammerbruder nicht freigeschaltet habe, aber Knorrentrocken... Wenn ich Hammerbruder nicht freigeschaltet habe, aber Blooper, dann spie ich Blooper. Wer ist Blooper? Das ist der Tinnenfisch. Ach so. Tinnenfisch! Äh, ja, Regeln. Äh, 30 Sek... äh, 30 Sekunden um drei Mädchen wieder mithilfe von Schneebellen vom Dach zu jagen. Du wirst... du wirst Schneebellen. Sorge, äh, für Glätte. Lass sie, äh, sie ausnutzen. Ausweichmodus. Nimm dich vor, den rutschigen Stellen in Acht. Abfeuern. Wir müssen uns einfach nur bewegen. Hauptsache, meine Batterien fallen nicht schon wieder aus. Aus, ja. Na ja, bei dir können sie auch ausfallen. Ja. Müssen wir weiter aufpassen. Leider. Wenn wir sofort fertig sind, ich lade sofort die beiden Lieferung auf. Er hatte mich ja... Ich will ja die ganze Zeit im Dich wie ein Wiesel haben. Oh, entschuldiger, Knopf. Oh, ist Knochen trocken. Mich lässt aber... oh. Ich stehe nur rum. Ah, scheiße, jetzt runter. Ah, scheiße. Soll ich mich hier? Ich mach immer wieder nichts. Hat Spaß gemacht. Nix zu tun. Ich bin nur ein paar mal rumgerannt und sonst hab ich nichts gemacht mit dem Spiel. Und wir wollen. Wow. Jetzt lass ich wieder mal 19. Kannst du wieestens wieder einen Stern taufen? Ja. Meine Gäste... Zwei, zwei immer noch nicht, aber... Ja. Aber fast eine Münze gilt nur für zwei. Und ich bin wieder Mann. Ja. Das ist deprimierend. Waluci kriegt nicht den Stern, oder? Es sei denn dahinter ist dann noch nicht König Buu, dann... Das war ja noch nicht. Boah, Opfer. Ja, neulich mal. Stimmt, selbst wenn er zu König Buu kommen würde, dann könntest du nicht in der Eisen. Wollen wir trotzdem kurz vorgesetzt werden? Das ist total arm und schweinend. Gar nicht, was? Wollen wir trotzdem, wenn im Zimmer gesetzt werden? Nee. Guck mal dran. Du bist dran, mein Freund. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ja, ich weiß ja auch, das ist ja nicht schwer. Wollen wir nur daran gehen, wo er nicht ist. Enttäusche mich nicht. Es ist nicht so weit. Ja. Ja, das ist ziemlich gut. 20. Komm. Wie weit komm ich? Oh, easy. Gönn ich mir jetzt einen Stern oder noch nicht? Bitte. Leiter Bonbon. Bede. Gönn dir jetzt den Fakten abgefuckt. Stern. Hey, ich meine Zweiten. Und was hast du bitte im Angebot? Oh. Okay, wieder vor Ort auffüllen. Ja, aber das hat eine Karte von mir. Ja, ich weiß, warte. Ja, so. Möö. Mach ich ein breiter Bonbon weg. Das ältere. Pappe schon einen, da reicht aus. So, und da ich eh reich bin, ja. Immer noch. Da ist jetzt ohne Sohn. Ich hab's gewusst. Ja, das ist ja auch nicht schwer zu erraten. Also kennst du auch ziemlich gut an der Matte. Kostenswerten aber erst mal die Mieter ist noch für das meine 2 die Perlmester muss sagen es kann sich noch ändern wir spielen 20 Runden das dauert ziemlich lang es wird auch schwer ein von mich zu überholen dauer ist es möglich man kann es anders ist auch welche sind wir mit hof 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 und scheiß kenmer habe ich ja einmal mit eingeblendet um die Hälfte können wir alles schon wenn 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 so ich hoffe ihr seid scheitern nächsten Part der 1 und ja bis zum nächsten Mal beim Malpartie 8 also das gilt es auch immer vorhanden bei mir zumindest und ja ich würde sagen bis zum nächsten Mal ciao